Ach guck mal hier, La La Land. Hat jetzt doch gar nicht den besten Film gewonnen für den Oscars. Sag mal, weißt du eigentlich, dass viele Leute sagen, dass ich aussehe wie Ryan Gosling? Du? Ja? Kennst du Ichengade? Äh, ja. Der sieht aus wie Ryan Gosling. Ah, Ryan Gosling, ja. Der sieht überhaupt nicht aus wie Ryan Gosling. Ich sehe aus wie Ryan Gosling. Glaubst du ihm die einen Gag jetzt auch noch, oder was? Guck mal. Wie, den Gag jetzt auch noch klauen? Das sagen viele Leute, das haben mir schon viele Leute gesagt, dass ich aussehe wie Ryan Gosling. Jo, klar. Glaubst du mir nicht, ne? Doch, doch, klar. Warte mal kurz, Andreas, pass auf. Warte mal ganz kurz. Komm gleich wieder, ne? Warte mal. So, Andreas, sagst du nochmal, dass ich nicht aussehe wie Ryan Gosling? So, Gunnar, wir fahren jetzt ins Planetarium, denn ich will in der Schwerelosigkeit tanzen. Das kann man nicht. Nee, das kann man nicht. Du kannst dich in den Sternen, das ist ein Planetarium. Ja, Planetarium, das sind die Sterne. Ja, aber man kann da nicht so schweben oder so. Natürlich kann man da schweben. Das ist so eine Kuppel und da ist die Schwerelosigkeit. Also kann man quasi, wenn man so ein bestimmtes Level erreicht und so hüpft, dann ist man in der Schwerelosigkeit. Da wurden auch Apollo 13 und so und Interstellar wurden alle in Planetarium gedreht, weil da kann man die Gravitation abschirmen. Das ist eine Exponential-Druckfunktion, das quasi, es hat was mit dem Luftdruck zu tun, Turbo Pascal. Können wir bitte das jetzt einfach machen? So, yeah, this is just going on my camera, man. So we're gonna go and dance in the stars. You wanna come and dance in the stars? You wanna come and dance in the stars? Das ist eine Kuh, die Kuh der Sterne. Das ist die Kuh der Sterne. Das weiß man, das wurde früher ins Weltall gehievt, die Kuh, und dann wurde die zum Explodieren gebracht. Und seitdem steht die hier und die wurde dann wieder zusammengesetzt, das ist die Kuh der Sterne. Ist die eine Rakete? Ja, das hat auch mit der Erdanziehung zu tun, weil in dem Planetarium ist ja quasi die Erdanziehung minimiert, sodass man halt schweben kann. Deswegen gibt's hier natürlich um die 9,81 G, ist ja quasi die Gravitationskonstante auf der Erde. Um der zu entfliehen, gibt's sozusagen die Fliehgeschwindigkeit, die muss man erst mal erreichen. Deswegen gibt's an den Sitzen immer unten eine kleine Rakete, mit der man halt quasi nach oben. Ja, ich gucke hier gerade schon mal, ob man vielleicht ein bisschen genau sehen kann, wo genau die Schwerelosigkeit anfängt hier. Weil ich will ja auch nicht unvorbereitet sein, weißt du? Also ich meine, du musst auch dann mit der Kamera aufpassen. Also wenn ich dann, sobald ich da drin bin und in der Schwerelosigkeit also quasi anfange zu hüpfen und dann richtig tanze, dann musst du natürlich auch dann mitgehen. Und ich versuche mal hier rauszukriegen, wo genau die Antigravitation hier anfängt, sodass man im Weltall tanzen kann. Aber ich bin ja erst wipen gewohnt. Ah, das hat jetzt geklappt. Okay, jetzt haben wir es kaputt gemacht. Alles klar. Okay, ich gehe mal was anderes angucken. So, jetzt geht's hier gleich rein. Da oben. Jetzt sind wir da in der Schwerelosigkeit. Komm mit, ich zeig dir, dass das geht. Du wirst dich wundern. Ich will jetzt gleich hier richtig schön schwimmen. Wann geht das denn los? Ich weiß noch nicht, wann es losgeht. Also jetzt ist noch auf jeden Fall ganz normal. Ich fühle mich so ein bisschen leichter gerade schon. Hier könnte es jetzt gleich losgehen, sozusagen. Hier fliege ich dann gleich. Sozusagen, dann schwebe ich dann. Dann machen wir gleich noch den Sternenhimmel. Das ist hier das Herzstück. Das ist quasi der Antigravitationsantrieb. Also quasi, der macht dann quasi die Schwerelosigkeit. Es wird dann hier, ein Fluxkompensator wird dann benutzt. Der wird hier zusammengeschlossen mit den Plasmazellen. Und dann wird ein Unterdruck erzeugt. Und deswegen ist dann quasi ab ungefähr hier, ist es schwerelos. Ich fühle auch schon, dass meine Hand so ein bisschen leichter ist hier oben. Das ist schon natürlich auch krass. Ich war ja noch nie in der Schwerelosigkeit. Ich habe noch nie in der Schwerelosigkeit, weder getanzt, noch mich überhaupt aufgehalten. Ich spüre schon. Ich bin hier schon. Bist du auch? Bist du schon ein bisschen leichter? Nein, noch nicht. Gar nicht? Ich spüre, guck mal, hier die Krawatte schau. Nicht so. Die geht schon hier hoch. Hammer. Okay, Gunnar, hast du mich drauf? Ja. Nicht scharf? Ja. Okay, also wie gesagt, noch mal zur Erinnerung. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber du musst jetzt dann gleich wirklich mitschwenken, wenn ich dann quasi jetzt springe. Weil ich springe jetzt hoch und bin dann wahrscheinlich superschnell oben an der Decke wegen Schwerelosigkeit. Und tanze da. Also bitte guck, dass du alles draufkriegst, okay? Ja, schau dir. Alles klar, seid ihr bereit? Dann springe ich jetzt in Schwerelosigkeit. Okay. Okay, ich bin ganz aufgeregt. Okay, warte. Okay. Okay, mach. Ich mache es jetzt. Schwerelosigkeit. Hey, ganz ehrlich. Scheißer Physik. Okay. Okay. Okay.